Supertank Karpern, ich weiß nicht wo der ist ohne Scheiß, ich weiß wirklich nicht wo der ist. Hier bin ich wieder komplett blind. Und es könnte wieder sein, dass ich die Mission vorspielen muss, dass ich den Supertank finde. Weil ich versuche ja immer möglichst viel ohne Musterlösung zu schaffen, äh ohne Komplettlösung zu schaffen. Musterlösung könnte ich bei auch sagen. Aber so ein bisschen unter Wasser, da komme ich mir ein bisschen angenehmer vor. Ja ohne Käse, wo ist dieser Supertank? Wo ist er? Ich frage mich das jetzt ernsthaft, weil ich eben keine Ahnung habe. Mehr hat er das gedacht, dass ich mich das frage, weil ich keine Ahnung habe. Ich bin Logik in... Ich bin echt die Logik im Begriff. Man merkt es schon. Ich glaube, ihr denkt euch auch langsam, der spinnt doch. Ja, könnte es sogar sein, dass ich spinne, aber mein Gott. Was will man machen? So, hier kommt man nirgendwo rauf. Okay. Das heißt, es kann nur einen Weg geben. Es kann wirklich nur einen Weg geben. Und der ist nach da unten. Nein, den gibt es ja auch nicht immer. Schauen wir mal. Also wir haben ja wirklich nicht viele Möglichkeiten hier. Dieses Spiel ist schon so weit geschlossen, dass man eigentlich meinen müsste, die dümmsten Spieler kommen hier auf die Lösung. Doch scheinbar gibt es noch Let's Player, die es nicht schaffen. Sind Let's Player eigentlich dümmer als die dümmsten Spieler? Zumindest stelle ich mich dümmer an. Dümmer als es sein müsste. So. Schnell raus. Da drüben kommen wir auch nicht rauf. Ich sehe das schon. Aber wo kommen wir hier zum Teufel? Zum Supertanker. Äh, zum Öltanker. Supertankerkapern. Also unter Kapern verstehe ich schon mal, dass es ein Schiff ist. Ja? Das ist schon mal der erste Grund hier. Ich verstehe hier runter ein Schiff. Vielleicht bin ich auch die ganze Zeit falsch gesprungen. Und muss einfach nur hier rein. Yay! Vielleicht stimmt das nicht. Oh, der Halarm erreichen. Okay. Ich bin mal gespannt, was passiert. Oh, Kost. Ey. RSS Rublev 5. Februar 2008 1539 Ortszeit Ok Äh, Oko-Test Oko-Tsk Ist nicht meine Sprache. Bisher. Oder überhaupt. Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Also, jetzt geht's weiter. Ich glaube, wir haben es geschafft, den Öltanker zu wenden. Oder tauchen da gerade hin. Man darf gespannt sein. Die dümmsten Spieler finden auch irgendwas. Dann machen wir mal ein Korn. Im Heuhofen. Aha. Kontrolle über die Rublev übernehmen. Das scheint mir ziemlich so auszusehen. Ja, ich weiß nicht. Wie schwimmt man nach oben? Eigentlich. Oh, Leute. Wieso geht das jetzt plötzlich nicht mehr? Ah, man muss ausschließlich nach oben drücken halten. Feuer. Und ihr merkt es nicht, dass hinter euch zufällig schon mal die Eisplatte zusammenbricht. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taktik der das macht. Dann gehen wir einfach mal und schauen uns um. Tschüss. Äh, was? Wir sind doch da gar nicht. So, mal schauen. Und? Komm, runter. Ah, den haben wir sehr improvisiert erledigt. Würde ich mal sagen. Das war jetzt auch schon wieder so eine Situation, wo ich wenig gesprochen habe. Beziehungsweise ich weiß nicht, was ich alles gesprochen habe. Wieso? Machen wir das auffällig oder unauffällig? Ach, unauffällig. Versuchen wir doch mal, unseren Prinzipien treu zu bleiben. Das ist auch schon so gesagt. Tschüss. Pfleg schön weiter deine Waffe, aber es wird dir nichts mehr bringen. Adios, Amigo. So. Na, nicht so. 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 Und schauen, ob man das Boot übernehmen kann. Kann man? Kann man? Nein, kann man nicht. So. Tauchen wir auch schon wieder ab. Denn wir haben jetzt genug gesehen. Scheint so, als wäre die Rublev. Ob ich sie richtig ausspreche, ist auch schon so eine Frage. Irgendwie aufgelaufen. Bin fast an Deck. So. Das reicht. Wollt doch mal sehen, was Jamies Freund drauf hat. Ich übernehme. Sagt wer? Emil, also halt die Klappe. Und jetzt schaltet so viele Seiten aus, dass unser Freund Masut das Schiff übernehmen kann. Ich sag dir Bescheid, wenn du es geschafft hast. Das ergibt doch keinen Sinn. Fischer. Ich sehe hier mehrere Wärmesignaturen. Also halt die Klappe und macht die Typen endlich platt. Viel Spaß. Viel Spaß. Versuch sie mit dem Radar zu ordnen. Verstelle eine nette Party. Mit dem Radar? Mit dem Radar? Ja, okay. Interessant. Ich weiß nämlich nichts von dem Radar. Vielleicht versuchen wir es mit Map. R. Ne, R war ja nachladen. M wie Map funktioniert auch leider nicht. So. Ähm. Wir haben ja aber irgendwo. So, das war glaube ich, das ist Nachtsicht. Das ist klar. Das ist die andere Sicht. Na komm. Das ist nämlich. Ja, egal. Ähm. Ja. Also, ich bin gerade selber so ein bisschen so am überlegen. Was können wir alles umbringen? Nein, Scherz. Natürlich nicht. So. Das ist ein Seil. Das heißt, daran kann man hochklettern. Das heißt, das ist genau richtig für mich. Schön, oder? Aber warum ist das Schiff nur halb? Oder kommt es mir nur so vor? Es scheint doch eine Hälfte zu fehlen. Okay. Egal. Wie ist das halbe Schiff? Irgendwie. Naja. Ist so ein bisschen kaputt gegangen. Da hin. Ich habe sie gesehen. Ah, Scheiße. Ich glaube, ich brauche das Visier, auch wenn ich damit fast nichts sehe. Habt ihr das Teil repariert? So. Ja. Geht ihm? Jetzt geht's. Shut up. Leute, ich sag's euch. Wie gesagt, es ist mit... Es ist so eine Sache mit der Konzentration. Man denkt dann... Oh, Scheiße. Jetzt muss ich sie unfähig machen. Ich mache ja schon fast mehr Gameplay als Let's Play. An dieser Stelle, es tut mir leid. Ja, es gibt keinen Sinn. Ich sehe hier mehrere Wärmesignaturen. Also hat die Klappe und macht die Typen endlich platt. Schön. Ja, lass mich halt schwimmen. Ich guck zu. Versuch sie mit dem Radar zu offen. Bestimmt eine nette Party. Schön. Ja. Also wie gesagt, es ist immer so eine Sache mit der Konzentration. Man denkt dann so... Oh, Scheiße. Jetzt muss ich mich... Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und dann... Ach, Scheiße. Ich habe vergessen zu kommentieren. Naja. Es würde mal einen kleinen Fetisch geben. Wobei die Grafik jetzt besser ausschaut, muss ich sagen. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Und so was Kantenkleidung angeht, geht es hier jetzt auch. Und ich muss schon sagen, seit dem neuen Prozessor macht es auch ein bisschen mehr Spaß. So, ich weiß ja, wo die Typen sind. Auf sie mit Gebrüll. Wer ist dafür? Explosion. Oh. Da wurde... Auf dem Schiff gehen selten sein Mündlinge vor. Bleibt wachsend und meldet jede verdächtige Aktivität an die Brücke. Nee. Da hab ich voll null Lust drauf. Naja. Schauen wir erst mal. Tschüss. Ich glaub, wir wurden so eben gesichtet. Oder nicht? Oder doch? Jetzt auf jeden Fall. Scheiße. Warum muss da auch ein Licht sein? Ah. Stopp. Hier war was. Und jetzt versuchen wir auf die Brücke zu kommen, glaub ich mal. Also ich versuch jetzt irgendwas zu schaffen. Wir sollen zum Kampfunfähig machen. Kampfunfähig heißt bei mir Tod. Ohne Schwan. Aber so ist es bei mir halt. Schauen wir mal. Um die Ecke. Okay. Das war schon mal. So. Okay. Wo sind sie? Wo sind sie? Tschüss. So Besatz und kampfunfähig machen Ja, sind wir gerade voll dabei Da ist doch irgendwo einer Ich höre ihn doch Ich höre ihn, ich höre ihn Oder ist das der Wind oder ist das was anderes Sind das meine eigenen Schritte im Echo Naja Wird schon stimmen Oder soll man sich da doch Gedanken machen Ich höre auf jeden Fall was Also das bin nicht ich Wo ist er denn Also da oben sehe ich ja schon mal einen Ist er niedergeschlagen Ein Hammer So Wir machen ja mehr einen Shooter draus als ein Agenten Versteckspiel Aber Leute, ich sag euch eins Einfach ist was anderes Vor allem wenn man die Leute nicht sieht Und ja Da knarrt man lieber mal schnell drauf Weil die Leute einen vorher sehen Und damit Bin ich schon ziemlich vertraut Besatz und kampfunfähig machen Scheiß auf Leichen Ihnen interessieren Leichen Muss ich ja Also die Dinger muss ich wahrscheinlich schon zerstören Okay Das ist zugeeist Lambert kontaktieren Gut, da müssen wir einfach schauen So Also Die Besatzung darf keinen Befehl absenden Wir müssen also auf den Kontrollturm Soweit habe ich alles verstanden Wow 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 Vielleicht sollte man sich doch nicht drauf verlassen Dass es eventuell so sei Okay Leute Ich sag mal so weit Ich glaub an dieser Stelle Ich weiß Das ist jetzt vielleicht eine kurze Aufnahmesession Aber ich glaub an dieser Stelle Soll ich mich vielleicht mal Die Aufnahmesession beenden Ey Kannst du mal aufhören zu reden Viel Spaß Ich komm zu Versuch sie mit dem Radar zu offenen Bestimmt eine nette Party Okay Also Ich wollte eigentlich nur sagen An dieser Stelle werde ich wahrscheinlich Die Aufnahmesession erstmal beenden Werde Zur Ruhe kommen Und werde dann Nach einer Aufnahmepause Wieder weitermachen Und vielleicht schaffe ich es dann auch mal Mit Einigermaßen Verstand Da durchzugehen Durch die Level Und mit mehr Kommentar Hoffe ich zumindest Das war es also Diesmal von mir Ich hoffe es hat euch trotzdem Ein Irgendwie gefallen Und sage damit Ciao